Mit der Walser Raiffeisenbank führen wir die lange Tradition von Raiffeisen im Kleinwalsertal vor. Die Walser Raiffeisenbank ist sich ihrer Verantwortung als Bank vor Ort bewusst. Auch weiterhin werden alle Entscheidungen hier im Kleinwalsertal getroffen. Die Walser Raiffeisenbank ist für ihre Kunden da und wird sie mit allen Produkten ausreichend versorgen. Unser Fokus liegt dabei zu 100 Prozent in der Region. Wir kennen das Tal, wir kennen die Menschen und die Unternehmen und stehen jedem persönlich als Ansprechpartner zur Verfügung. Durch die noch engere Verbindung mit der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg können wir die gesamten Kompetenzen nutzen und effektiv für unsere Kunden im Tal einsetzen. Hier in Hirschek im Raiffeisenhaus wird unser neues Zuhause sein. Dank dem bestehenden Gebäude und der guten Aufteilung findet das gesamte Team seine neue Heimat. Die Privat- und Firmenkundenberater begrüßen ihre Kunden seit November hier im Raiffeisenhaus. Mitte 2022 eröffnen wir unsere Schalterräumlichkeiten hier in Mitte des Tals. Wir freuen uns auf euren Besuch im Raiffeisenhaus.